Hallo meine lieben Erdbeer-Freunden und willkommen zu einer neuen Folge Skyberry mit dem Daniel, hk.mcpower.lp. Hallo und die Lea. Ja, hallo. Hk.a. Magik Lea. Magik Lea. Magik Lea. Magik Lea. Magik Lea. Willst du mich spielen, den? Hm. Oh, das Schwein ist groß geworden. Wollten wir jetzt das Haus bauen? Für die Dorfbewohner erstmal, würde ich sagen. Hm. Wir müssen erstmal fahren. Mach. Ähm. Diesmal bin ich der Timer-Verantwortliche. Ja. Ich bin stolz auf dich, Daniel. Diesmal wird die Folge perfekt lang. Das war 16 Minuten und 9 Sekunden. Ja. Ja. Nicht 16 Minuten und 8 Sekunden und auch nicht 16 Minuten und 10 Sekunden, sondern 16 Minuten und 9 Sekunden. Ja. Das ist die perfekte Länge. Ja. Also von der Folge. Ja. 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 Findet euch jetzt damit ab. Ne. Warum brenne ich schon wieder? Warum nicht? Ich kann kein Cobblestone fahren. Eigentlich könnte man das auch viel effektiver machen, aber ich will, dass es schön aussieht. Ich habe mich grad gefragt, was das für neuer Mob ist. Daniel? Nein, ich dreh mich nicht um. Dreh dich einmal um, bitte. Werf bitte kein Lava ein. Ich will einen Screenshot machen, okay. Ein Screamshot? Umdrehen! Daniel, drehe dich um. Ich will aber keinen Screamshot. Ich will das so nicht umdrehen, bitte. Der Körbis ist pink. Ja, genau. Super. Ja, super. Okay. Oh Gott. Bitteschön. Den esse ich jetzt erstmal. Immer diese ganzen Fanboys, die immer Screenshots mit einem wollen, ey. Ja, sorry. Von Fanboys. Ich bin mir ganz sicher, dass du ein Fanboy bist. Ja. Voll. Nein, der... Halt, stopp. Guck mal, hier bauen wir dann unser Haus hin. Oder? Wo? Hier, wo ich gerade was hinbaue. Ja, und dann so nach oben aber. Ja, aber so richtig drei breit. Ja. So richtig breit. Oh ja, geil. Okay. Warte, hast du genug... Äh, komisch... Warte, ich hol mal Zaun und baue den Seitenzaun. Okay. Damit wir da nicht runterfallen. Aber das musste richtig schön hoch sein. Oder warte mal. Ich, ähm, farm... Ich baue jetzt mal die ganzen... Wollen wir die nächste Farmfolge machen? Ja. Das ist Zeitraffer mäßig. Kann man meinetwegen machen. Und ich nehme mich übrigens wieder mit Wraps auf, weil Shadowplay verkrackt irgendwie immer. Ich hab keinen Bock jedes Mal die Videos nochmal zu konvertieren und... Bla, bli, blup. Und dann noch meine Tonspur zu nehmen, sonst sei es das doof. Ich will die ganzen Tonspur klauen, oder? Ja. So... Wollen wir die drei breiten lassen, oder wollen wir dann Zaun hin machen? Äh... Weil Zaun geht jetzt nicht so, wie ich das gebaut hab. Dann das hier an der Seite, hier... Ähm... Immer hier ein Cobblestone hin und da machen wir dann den Zaun rauf. Also jetzt hier so den Zaun. Nee, nee. Hier... Da den Zaun. Also warte mal kurz. Ah... Ja... Hier. Dann sozusagen. Aus Holz könnten wir jetzt eigentlich auch bauen, das Geländer so. Ja, können wir später machen. Als erstes würde ich einfach mal ganz recht anfangen, können wir das... Ja, aber Holz bekommen wir doch jetzt schneller als... Dings. Obwohl, nee, wir brauchen ja für das Haus, ne? Äh... Ich fahr ein bisschen Kürbis da. Hm, ja. Ich fahr im Holz. Wer essen? Äh... Wir haben Eier. Naja, du musst... Vielleicht ist auf den Feldern was gewachsen. Oder töte ein Schwein oder so. Ich fahr mir einen Kürbis. Sind... Ist ein Kürbis gewachsen? Zwei. Ach, super. Man braucht doch Eier für Kürbiskuchen, oder? Was? Äh... Kann sein. Äh... Ja, du brauchst ein Ei, ein Zitter. Ich brauch ein Ei. Daniel hat nämlich keins. Mhm. Ich bin ein Ei. Hey lol. Du bist grad im Bildschirm, sonst hättest du ja Streifen. Äh... Ja? Warte. Nicht so hoch. Nicht so hoch. Äh... Warte, ich versuch's nochmal. Ja, okay. So geht's auch. Da. Bitteschön. Hab ich für dich gebacken. Dankeschön. Hab ich gerne gemacht. Ach, jetzt hab ich Holzmüllmittel. Oh ne ey. Ein paar Holz. Brauchst du was? Äh... So... Klopf. 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 Hä? Ich fahr hochkoppelstern ab, okay. Ah. Klopf. Ach so, das sagt ja natürlich alles. Klopf. Klopf. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Klopf, 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 klopf. Klopf, klopf, klopf. Boah, ich hab nur 50 FPS. Ich glaub, damit kann ich nicht leben. Ja. Ja, verbrenn halt komplett, du Scheißmissgeburtenkopf bist du. Wir müssten da mal ein bisschen obsidieren. Ach, an den Bäumen sind die hässlichen Fackeln dran. Ich denk mir die ganze Zeit, wo hab ich die ganzen Fackeln hier. Ja, da hab ich da dran gemacht, weil... Eigentlich dürfte ja nix spuren, weil das ist ja... so ne besondere Ebene. Ja. Hab ich auch trotzdem Angst gehabt. Ich hab einfach immer Angst, vor allem. Ich hab alles, vor allem Angst. Ja. Minecraft. Alleen. Ganz besonders hab ich Angst vor Kopfister und Generatoren. Oh Gott, ja. Toll. Die sind irgendwie immer böse zu mir, die funktionieren einfach nie. Das liegt aber nicht an mir, sondern an den Generator. Ja. Farme jetzt 32, Kopfister. Hab ich eigentlich behindert? Ähm. Oh, Spitzhacke kaputt. Oh nee ey. Oh, Erdbeckeseng. Ich wette, ich hätte jetzt schon lange einen Stack, aber die Hälfte verbrennt einfach immer. Ich hör die ganze Zeit dieses... Tsss. Tsss. Das bin ich. Tsss. 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 Machen wir einen tollen Birkensetzling hin. Mutter? Jetzt nicht, okay? Oh Mann. Oh Mann. Äh. Geht doch jetzt. Piepton Action. Geil. Obwohl, vielleicht lass ich's auch einfach drinnen. Mal sehen. Äh. Ah, ich... Jetzt muss ich diesen hessischen Riemenbaum abbauen. Hört man das? Was? Was meine Mama gesagt hat. Achso, jaja. Scheiße, man. Warum hört man das immer? Tja, Soundcard so. Du, die Soundcard, eh. So, entweder gab's jetzt einen Piepton und ihr habt grad Spaß gehabt. Ich weiß es noch nicht. Spaß oder Piepton? Hm. Lea, kannst du mal kurz eine Notiz machen? Was? Eine Notiz. Achso. Achso, jaja. Ah, du hast das ja dann auch... Äh, was sehen deine Aufnahmen? Ja, ich kann's dir vielleicht auch was bieten, meinetwegen. Ich weiß nicht, ich muss erst mal gucken, wie sich das so anhört, ne? Ja, ja. Weißt du, das ist ja ein Geheimnis-Supertalent. Glaube ich jetzt eher nicht, aber... Ich fühle mich grad voll wie so ein Baummensch, ey. Fühlst du dich wie Manuel? Äh, oder wir... oder wir machen so ein geiles Baumhaus. Na, wobei, da hab ich irgendwie auch gebraucht. Braucht man erst mal so einen großen Baum, das ist voll scheiße. Ja? 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 Ist die Treppe so lang genug? Äh, warte. Ach, da bist du... Ist so lang genug, die Treppen? Ey. Ja, ja, ich muss die ganzen Sachen einsammeln. Ähm. Höher besser? Ja, die ist super. Die ist super. So sticht das dann so toll heraus. Da kommt unser Haus hin, oder? Ja. Okay. Ähm. Kann man auf der Ebene überhaupt was bauen? Ähm. Ne, kann man nicht, wir müssen noch eins bauen. Da müssen noch eins höher gehen. Höher. Wie lange hab ich schon aufgenommen? Warte. Ähm. Wir haben nur 6 Minuten und 38 Sekunden. Okay. Wie gut ich das verweiten kann. Das machst du ganz toll, Daniel. Ich vergewaltig ist. Ich bin stolzhaft. Alter. Mann, wir haben... einfach keinen einzigen, ähm, hier... Von den dunklen Setzlingen. Die droppen einfach nicht, ne? Die dunklen, ne? Ja, aber wir haben... Ja, die Fichten. Die dunklen Menschen immer. Gott. Ich hasse die, ey. Warte. Oh Gott. No racist. Oh ne, ey. Ich hasse... Nein, okay, da musst du Piep-Töne machen. Ich wollte gerade die N-Bombe droppen. Aber nein. Überrasch. Das ist zu viel Aufwand. Das Problem ist halt, in der Aufnahme das zu sagen, macht Spaß, ne? Ja. Aber das schneiden dann nachher. Halt. Warum hab ich das nur gesagt? So, ich hab jetzt ganz viel Holz, Alter. Lea, willst du mal die N-Bombe droppen? Nein. Komm schon. Ich bin kurz davor, ne? Ich hab schon so voll grad Bock drauf. Genauso wie auch so gewisse Zahlen, die doppelt vollkommen. Das so auszusprechen, ist auch ganz cool. Ähm, wollen wir das Haus ein bisschen mit Quarz bauen? Ja, ne. Wir können so Quarz-Säulen machen. Ich wollte einfach so ein ganz normales Baum. Alter, guck mal wie geil das aussieht von hier, die Treppen. Ja. Ja. Das ist immer schon geil, ne? Hast du noch genug Cobblestone? Nein, ich hab gar keinen mehr. Okay. Aber ich muss erstmal wieder welche Farben für eine Art. Hast du noch eine Spitzhacke? Ne. Deswegen frem' ich jetzt erstmal drei. Verbrenn halt einfach komplett. Nea. Lauf mir nichts. Was hattest du als Schönes mit? Ein Cobblestone. Nea, siehst du, eine Cobblestone hätte uns das Leben retten können, aber nein. Ne. Geh mal bitte einen Cobblestone. Ne. Nea. Das wär knapp. Das hat die ganze Zeit einfach so gut funktioniert. Kann ich wenigstens meine Spitzhacke wiederhaben? Ja. Natürlich die kaputte. Hätt ich's gedacht. Aber warte was, du bekommst doch was. Ja. Alter, das ist meine eigene Melone. Mann. Das hat die ganze Zeit so gut funktioniert. Und dann? Das musste einfach irgendwann passieren. Oh, jetzt hatte ich das Skype-Nerricht. Aber die bekomm ich ja gleich nochmal auf meinem Handy, ne. Interessant. Kann dir jetzt ein stolzer Handy besitzen. Oh ja. Warte. Jetzt kann ich hier gucken, ne. Hey, ich heiße Matt3FX. Ich bin Motion Graphic Designer. Ich bin neu auf YouTube. Doch aber recht gut im Designen. Falls du mich besuchen möchtest, ein Intro oder doch lieber einen Banner haben magst, abonniere mich doch. www.youtube.com. Warte. Oh Mann, wo ist es hin? Warte. Ich muss kurz Werbung machen. Geht alle auf www.youtube.com slash Matt3FX. Geht alle auf die Seite. Ja. Ich glaub, der ist gewusst, dass wir aufnehmen. Ja. Ich glaub, der ist gewusst, dass wir aufnehmen. Diese ganzen Werbung ist geil. Ey, mach mein Transformer nicht kaputt. Nein, ich mach hinten Cobblestone hin, weil der fällt immer hinten runter. Ja, aber mein Transformer. Ist doch egal. Ich sag, wer ist effektiv, Mann. Nein. Der muss schön aussehen. Effektivität ist an zwei Tischen. Ich wette, da hinten fällt nicht ein Cobblestone hin. Doch, da sind grad zwei hingefallen. Hm. Das kontrollier ich jetzt. Ja. Definitiv. Du kannst mir in der Aufnahme nachgucken. Da ist welche runtergefallen. Ja, aber der liegt da trotzdem nicht. Ja, weil ich das da erst grad hingebaut hab. Ah, da ist ein Cobblestone geflogen und gelandet. Dankeschön. Guck. Guck, der ist auch geflogen. Ich werd das irgendwann noch verbessern, ne? Ja. Damit das ein bisschen schöner aussieht, weil sowas ist echt jeselig. So. Ach nee, da muss ich wieder am Cobblestone-Generator umbauen. Soll ich Slabs machen? Nee. Wobei doch für die Fläche an sich erst mal, oder? Ach so, ja. Klar. Willst du noch ein paar Korbis zu uns haben von mir? Hm, äh, ich hab 30, das reicht erst mal. Soll ich da jetzt einfach ne, ähm, Platte machen? Ja, aber ein bisschen größer so. Naja, klar. Müssen ja noch ein paar Schafe schlachten für Betten. Hä, was machst du hier? Na, aber du, Alter, hier, viel Spaß. Mann, ich hab dir grad alles getroppt. Ich dropp gleich die N-Bombe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Ne, 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 das mach ich nicht, das ist böse. Aber wir wollen doch Cobblestone, wir wollen doch gar kein Cobblestone-Boten, oder? Niii. Niii. Was? Niii. Niii. Lea? Ja? Wollen wir hier nicht nen, ähm, Waldbooten haben? Waldbooten? Also nen Holzboot. Ja, aber ich würd sagen, wir machen... Aber von unten sieht das dann steinig aus, das weißt du. Ist doch egal. Das sieht mir doch nicht, wie das von unten aussieht. Aber, mich interessiert das. Ich mag Sachen von unten zu sehen. Ich weiß. Guck mal, wir können hier so bis zur Schaffarben so gucken, dass man hier so ein bisschen Aussicht auf die Färben hat. Ja, kannst du machen. Ha, ich hab Kürbisse und du nicht. Du hast Kürbisse? Sogar zwei. Und sogar eine Melone. Eine Melone. Und sogar ein Kartoffel. Ne, sogar zwei. Und... Drei Melone. Das soll doch schaus symmetrisch sein hier oben, also die Plattform. Ja. Ja? Ja. Was heißt das? Dichli. Dichli. Ich weiß es nicht, was könnte das bedeuten. Dichli. Dichli. Das ist einfach schlussisches Zeichen. Oh, fuck. Wir haben Minus... Alter, jetzt geht sogar die Minuszeit los. Lea, wir haben schon minus 12 Sekunden. Oh nein. Das kann ich nicht erklären. Ich glaub, das hört wieder wahrscheinlich die Zeit laut. Ja, in der Tat. Scheiße, wir haben schon minus 22 Sekunden. Ja, okay, deine, komm. Guck mal, jetzt weiß ich, wie lange ich überziehe. Ja. Minus 30 Sekunden. Halt, stopp! Hä? Wenn ich auf das Kreuz drücke, hörst du nicht auf? Nee! Ah. Das geht ein bisschen schwerer. Wusste ich nicht. Elia? Was? Der kostet wieder dein Inventar und dann können wir uns hier oben halt jetzt mal verabschieden, okay? Hauf! Mein Inventar ist noch nicht geleert. Guck mal. Jetzt kommt der heftigste... Warte. Ah, ich hab hier eine Sache dabei. Bring die Sachen erst weg. Guck, warte, ich mach jetzt den heftigsten Jump ever. Warte. Ich werd failen. Okay. Ey, wo bist du? Ich mach jetzt den 60 von hier nach hier. Okay. Okay. Das ist ja unerfolgreich. Okay, warte, ich hab's. Warte, lass mich zugucken. Warte, warte, warte! Ich will das jetzt auch noch schaffen. Ich bin aufgesprungen... Ja, ich hab's geschafft eigentlich, ne? Da bin ich aber runtergelaufen. Warte, von hier... Na ja. Warte, guck, guck, guck. Das war schon gut. Daniel, guck. Wie komm ich hier wieder rein? Ja, ich gucke. Hey, das war keiner. Doch. Nein. Warte, ich mach's nochmal. Verdammt. Warte, ich will das auch nochmal versuchen. Okay. Noch ein... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich will 10, ich will 10, ich will 10. Okay, pass auf, von hier nach unten, okay? Von wo? Von da nach da? Okay, guck hin. Okay. Jetzt mach Cinema... Cinemahansicht, okay? Ja, ist gut. Oh, guck dir das an, als. Wie gut ich wär. Der willst du auch mal? Ja. Okay. Uh. Gut. Jetzt hast du nochmal. Okay. Scheiss. Okay. Ja, okay, komm. Ich würde sagen, jetzt war's für die Folge. Ähm, komm in den heiligen Pool. Wenn's euch gefallen hat, gebt eine heilige Erdbeere. Okay. Also. Der Verabschiedungspool. Ja. Also. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Erdbeere da. Hm. Und konstruktive Erdbeeren. Skyberries. Wären auch gut. Äh, Skyberries. Entschuldigung. Oh, ich wollt grad TP, sollte das spielen. Hast du grad Uhuhuren? Ne, ja. Hä, was hab ich gesagt? Hi. Du kannst du Uhren sagen? Ey Lea, kannst du widerstehen? Hi. Oh Mann. Das war die tollste Folge. Ey, war momentan, die war sogar relativ produktiv. Ja. Eigentlich war sie so gut wie alle anderen Folgen. Okay. Also wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Erdbeeren da und konstruktive Skyberries wären auch nicht schlecht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dann. Hört rein. Tschüss. 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 ... ... ...